Und jetzt? Ah ja, stimmt, Ding. Jetzt laufe ich erst mal. Oh Gott, Alter! Georg Ameise. Was hat Georg Ameise da gemacht? Ich glaube, ich habe gerade einen Lauf, sagt er. Oh, zwei Leute, die mich dominieren, was da los? Einen von beiden. Franz, was machst du? Was machst du? Ich spiele Pyro, das sagt eigentlich schon alles. Ja, und es sagt alles, dass ich gerade von dem roten stand und ich gecheckt habe, dass der einen blauen abstechen wollte mit einem Taunt. Ich dachte erst mal, das wäre einer von uns. Ich dachte erst mal, dass ich nicht an dem vorbeigekommen bin und der... Warte mal, ich glaube, das war so, dass er da kam. Wow, ich habe mich an Darkie gerichtet. Ah, Enten, 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 Enten. Meine Enten! Mein Gott! Was ist denn? Ich habe den getötet, dann sind das auch meine. Meine Enten! Ich rieche hier doch schon wieder... Franz ist tot. Immer, wenn ich ein Spectator stirbte, was ist schlimm. Deswegen sterbe ich also immer. Weiß ich bin wieder Detective, wieder so Detective-Rooter, der hinter einem herfliegt, wenn man stirbt. Das ist voll der Bug. Wieso? Du bist ein Bug. Uaaaaaah! Was? Das ist jetzt aber gemein. Oh, Pbch is back. Nein! Ich habe deren Sentry-Nest gefunden, war da und wollte es gerade zerstören. Der hat wirklich Sentry getötet. Das Monster ist aber nicht nett. Das hat meine Gefühle verletzt ein bisschen. Pfff! Okay. Yay, ich pushe den Karren! Und da ist eine Sentry! Das ist unschooool. Ah! 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 Ich weiß, wo die Sentry steht und wie man da rankommt, aber das sind so viele Leute. Ich auch, ich bin tot. Ja, aber ich weiß, wie man da rankommt, ohne dass man ein Stier hat. Ach, da ist das. Echt? Ja! Kennst du die ganzen sneaky Pyro-Wege, wa? Ja, genau. Einmal quer durch die Leute durch. Es ist voll sneaky. Hä, was hat denn das? Genau da, Grants. Genau, genau. Renn weiter! Töte sie! Da sind wir zu viele. Ich hau ab. Ach, Mann! Ich brauche medizinische Hilfe. Ich bin wegen dir gestorben. Ich habe doch nur angekündigt, dass ich abhaue. Ich weiß! Das war ein taktischer Rückzug. Naja, taktisch, aber. Das war ein Rückzug. Ja, es war Rückzug, ja. Wow, ich habe wieder wen damit gekillt. Geil, geil, geil. Wenn jetzt so dieser scheiß Sentry und dieser scheiß Sniper lässt mich jetzt bitte in Ruhe. Ah! 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 Jetzt ist da ja nur ein Heavy, alles klar. Er ist der Heavy! Ich weiß. Hab dich gerade beobachtet. Ah! Oh, da kommt Darkie wieder angecharged. Und er wurde gekillt. Was ist da denn los, Darkie? Schade. Uh, kein Medic. Ich will kein Medic. Haha, Georg Ameise. Wow, da kommen die Pfeile. Na komm, schieß nochmal ein Pfeil. Also jetzt gibt es keine Kill-Serie mehr. Ähm. Sondern jetzt gibt es Entenstreaks. Ja, und Killstreaks gibt beides. Enten, 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 Enten! Ente, 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 Ente. Beides! ach dieser wunderschöne gut wie die sonne aufgeht über der passt auch echt gut zum püro mit seiner sonne ist schon ja schön ist das kennt ich wundervoll. Aua, ich... Ach, hess. Ach, komm schon, die hab ich doch gut ge... Ich seh, ich mach mal so'n Trick kaputt. Ey, wasch da los? Wasch da los? Hennen, hat da Hennen gesagt. Ich bin direkt hinter dir. Es kann nichts passieren. Außer, dass du nicht stirbst. Oder so'n geilen Move macht, dass du... Nein! Guck mal hier, kennst du den Trick? Nee, den kenn ich tatsächlich nicht. Und jetzt werden die alle von hinten abgefackelt. Nein! Oh Gott, wie viele Leute sind das denn noch? Wir müssen mal pushen. Ich glaube, ich muss da mal den Demoman auspacken. Au, raus. Aber jetzt bringt's eh nichts mehr. Ja, mach mal gleich. Am besten in der nächsten Runde so. Komm mal bitte jetzt ein, die ist halt wieder kaputt. Ich... Deine Wolke ist noch hier, wo du gestorben bist. Echt? Ja, deine Wolke. Okay, wie hat Grants das gemacht? Okay, da bin ich jetzt runtergefallen. Du meinst. Ich krieg das noch irgendwann. Ja! Irgendwann krieg ich es noch hin, dass ich das so mache wie du und dann töd ich sie alle. Ja, fuck! Ich hab den Karren so schön weit gepusht. Ich hab's gesehen. Wie viele Sniper haben die denn? Ich dachte, ich hab ein Server Limit, ey. Erstmal alle aus... aus den rausschmeißen, ne? Admin Abuse for the Wing. Ich rechte mich! Jaaa! Ey, wenn du das bist safe ohne... Aber immerhin rechte ich mich am Heavy so. Ich bleib bis vorhin, ne? Ja, ich war aber wieder der zweite. Noch besser als Funky gewesen mit dem Pyro. Das ist schon... Okay, dann spiel ich jetzt halt mal. Einen guten Demo. Demo Man. Wieso sind wir schon wieder Angreifer? Wir sind beide ins andere Team gespielt. Wow! Ich bin am Laptop mega kacke. Lepo... 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 Dazu sag ich nichts. Lepo... 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 Ich tanze. Ich tanze mal mit. Das war schon ein bisschen frech, ne? Was denn? Lepo... Der Dis... Lepo... Er nennt mich in stanchions an ich ihn noob. Lepo... Lepo... Ja, aber du wärst ihn ja wohl beim Namen nennen dürfen, ne? Ich bin jetzt Pinky, fertig. Pinky und the Brain. Oh Gott, wenn hier jetzt ne Crit reinkommt, sind wir alle tot. Ah! Ich hab grad noch geschrieben! Wieso muss ich euch alle direkt löschen werden? Wow, 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 wow! Rechts um die Ecke ist wieder mal ne gute alte Sentry. Ich seh sehr. Aber der Goldene Granatwerfer wird dafür sorgen, dass sie stirbt. Wird sie das? Ja. Wird er das? Nein, sie ist schon richtig. Sie heißt Silke. Okay. Silke, hi! Ja, die Sentry is down, siehste hier? Keine leeren Versprechungen, ey. Ach, Silke, wobei er doch mal steht! Oh, da war glaub ich grad Funky. Ach ja, mein Gott! Wo ist mein goldenes... Nein, der Sniper! Ah, das goldene Schwert! Ich glaub, das goldene Schwert hatte ich noch nie in der Aufnahme übrigens. Ja, du wolltest es ja eigentlich erst einweilen, wenn... ... du... ... du... ... du... Ja, und dann hab ich halt eine Runde gespielt, das war auch mal okay. Bonus Ducks! Bonus Ducks! Lauft, Leute! Es sind die Bonus Ducks liegen hier rum! Oh, dieser dreckige Sniper! Ich kick den gleich! Enreal! Was? Girl, Enreal! Du wirst gleich gekick! Ahhhh! Sowas musst du aber wirklich so in den Chat schreiben. So, ey, wenn du mich noch einmal killst, wirst du gekickt. Und dann musst du so wirklich durchziehen. Der war sehr gemein! Der war auch lustig! Der war auch lustig! Und dann guckt der die wieder... Wieso ist der ein Heavy? Ohhhh! Ich warte schon wieder von Noobdor! Ach ne, von Noobdor ist okay. Da! Da! Nein! Wieso seh der... Was? Diese Bauchspeicheldrüse? Pfff! Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe. Wenn ich gerade war! Wieso werde ich nicht geheilt? Doch! Jetzt! Du bist Demo! Du wirst nie geil! Ich werde aber eigentlich immer geheilt, weil... Ja, ich hab Enreal gekillt! Das ist Sentry! Wo denn? Da, wo man lang... Da, wo wir vorhin die ganze Zeit lang gegangen sind. Das ist Sentry! Oh! Der Gold... Silke! Nein! Silke! Hat Silke versagt. Shit, jetzt bin ich auf einmal so schlecht. Ich sollte wieder Pyro spielen. Ich glaube, Demo ist gar nicht meine Main-Klasse. Vielleicht ist er eigentlich... Nein! Nein! Ich hab überhin den... Enri da weggefüllt! Komm schon! Eieieiei! Oh Gott, mein Highlight ist ja gleich tot! Oh Gott! Mein Highlight ist ja gleich tot! Oh Gott! Mein Gott! Hilf dir auch nicht! Franz muss... Muss arbeiten für YouTube! Er macht so... So Videos auf YouTube! Habt ihr gehört! Ja, so ab und an mal... Ein, zweimal im Monat! Wenn ich grad ein bisschen Zeit habe! Jetzt kommt unser Team aber überhaupt nicht vorwärts, wa? Da muss ich wohl mal Spy spielen! Nee! Also das Gameplay, was du teilweise benutzt hast, ist eigentlich relativ gut, finde ich jetzt jedenfalls. Wie meinst du das? Also du... Für das Gewinnspiel! War's schon relativ gut! Aua! Ach, wie ich Spy gespielt hab, meinst du? Ja! Ich hab mich überteilt! Bitte! Hör auf, mir grad ab, mir die Fresse zu werfen, du scheiß Demo! Oh Gott, ich hab gerade Noobtos ge-backsteppt! Okay... Und dann hat dich jemand gesprengt, glaub ich! Ja... Nee, mit nem Messer! Ach so! Aber ich hab ihn getötet als Spy! Ich sah nur wieder, jemand flog! Au! Wieso werd ich denn die ganze Zeit abgeschossen? Das ist sehr unhöflich! Oh Gott! Kannst du bitte die Sentry zappen? Nein. Ach mal, Grants! Irgendjemand ist da AFK, den töd ich. Okay. Haha, ich hab einen AFK-Menschen geknötigt. Ach komm schon! Ernsthaft, wie konnte ich den jetzt nicht treffen? Man... The car's moving backwards! Die Entranschung... Okay, ich hab was gesappt... Ja, mit deinem Brot! Bist du stolz auf mich? Ja, bin ich! Sehr stolz auf mich? ACH, das haben wir da Säme! Ihr brauchen dann doch ne mini Sentry hin! Ernsthaft jetzt? Wir haben da noch eine Sentry hingepackt. Ayke hat übrigens einen Unusual, der eine Regenwolke über ihn macht. Das ist lustig. Gott, ich bin aber schon wieder tot, ist das Problem. Die Sentrys sind weg, ja! Ihr müsst pushen, 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 pushen! Geh doch mal einer, den Karren, Mann! Oh, was, ich wohnt mit einem Schlag? Ach, Mann. Kann doch mal bitte jetzt jemand durchpushen? Dankeschön, dankeschön. Nein, die Ente! Das ist meine. Jetzt, wo die Sentry weg ist. Können wir jetzt mal kurz pushen? Nein, du kannst nicht! Das gibt's doch nicht, das Ding war doch genau davor. Zweiter mit Demo, ist aber auch nicht so gut. Oh, Map-Change. Ja. Kartenwechsel. Map-Change. Oh, Mann! Doktor! Wow, längste Lebenszeit, 10 Minuten und eine Sekunde als Medic. Yay! 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 2 Stunden 10 als Soldier. Okay. Da hab ich auf so einer Jump-Map gespielt. 2 Stunden lang. Junction? Was ist das denn für eine Map? Die hab ich ja noch nie gespielt. Och, nicht schon wieder Kontrollpunkte. Magst du Kontrollpunkte nicht? Das ist irgendwie... Du bist eine Team Cap, dann kommt das nächste, äh, kommt das andere wieder und dann mach's wieder. Es ist immer so... Wenn die Teams teilweise nicht so gut sind. Wir können Hazy spielen. Juhu, ich tanze. Juhu, ich bin mit Kranz wieder in einem Team, jaaa. Du Sonne, du. Morning Glory. Da steht er. Guckt euch diese wunderschöne Maske an. Ei. Junction? Scheiße, ich bin direkt falsch gelaufen. Jaaa, das ist gut. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich glaub, ich lauf richtig. Will jemand ein Pocket-Medic? Das ist auch die geilste Frage. Nein! Kommen die hier irgendwo raus? Scheinbar, weil hier... Äh, da oben ist der Kontrollpunkt. Was macht Dark jetzt? Ne, wir müssen doch verteidigen. Ey, klar, aber die kommen ja irgendwie nach da oben. Es ist nur die Frage, wie kommen die nach da oben? Äh... Das heißt, wir müssten ja auch irgendwie da hochkommen. Hier, links, hoch. Okay. Folge der Sonne. Nicht mehr, jetzt bin ich alleine. Die kommen wirklich von hier. Da kommt ein Uber. Uber! Uber! Ich bin gleich tot! Ich bin auch gleich tot. Da geht einer B. Ernst? Da gehen drei Leute B. Okay, wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, wie man zu B kommt, ist das Problem. Äh, die kommt rechts, rechts, rechts. Ich bin da. Haha, ich hatte kein Leben mehr deswegen, das war mein so mein Problem. Ich weiß nicht. Geh mit dem Uber! Yay! Überherr! Ihr sollt alle brennen in der Hölle, ihr Säcke! Bläh! Hast du sie alle? Ne, nicht alle, aber... einen Großteil könnte man schon sagen. Yay! Ich hab ne Vorratskiste bekommen. Wow, das war gut. Ich hatte das A.